Philosophie mit Michaela Schäfer Du Michaela? Ja Pierre? Was hältst du eigentlich von Sigmund Freuds Strukturmodell der Psyche? Die Hermeneutik assoziative Erlebnisse hat er entwickelt, um die drei Instanzen der psychischen Struktur zu analysieren. Die tropischen Modelle in Verbindung mit der Darstellung der Dynamik psychischer Apparate gilt als valider Grundstein der modernen Psychoanalyse. Achso. Kannst du vielleicht mal ein bisschen hüpfen? Ja klar. Gut. Philosophie mit Michaela Schäfer wurde Ihnen präsentiert von Titten im Dritten. Titten im Dritten.